Film läuft, Klappe, die erste Laboe 1 von 1. Also Sönke zeigt uns jetzt mal, wie man diesen neuen Elite-Elektro-Außenborder, E-Light, nicht Elite, installiert und damit losfährt und zeigt uns mal, was das alles kann oder was es nicht kann. Und dann mal los, Sönke. Was machst du jetzt als erstes? Ja, im Vorwege haben wir die Halterung montiert, wie beim normalen Außenborder, sag ich jetzt mal, und fest installiert, hinten schön mittig, sitzt perfekt. Dann nehmen wir uns einfach den Außenborder aus der Tasche, die kann man dann schön, wenn er handlich ist, rausnehmen, sich ins Boot nehmen, so wackelig hier, macht nichts. Hier oben ist dann eine Arretierung, die nimmt man raus, den kann man sich den Arm vernünftig einstellen und kann ihn jetzt schön hier einfach in die Reinsetzen und dann hakt er ein und ist fest und kommt nicht wieder raus. Ja, genau wie beim normalen Außenborder, 2-Takter, 4-Takter, da können wir eben, wie gesagt, auch den Griff einrasten und können auch ihn aus dem Wasser nehmen, damit er nicht laufend in den WC hängt. Cool, und jetzt musst du ihn nur noch mal anschmeißen. Musst du da irgendwas ziehen dazu oder wie beim Außenborder, oder wie geht das? Ja, nix. Total einfach. So, wieder eingerastet, wie beim normalen. Jetzt haben wir oben einen Ausschalter, den drücken wir drei Sekunden lang, dann piept er auch, macht einen Warnton. Diese Sicherungsleine hier, die wir hier gerade hier vorne sehen, die muss dran sein zur Sicherheit, das heißt, wenn der Steuermahn über Bord geht, dann würde sofort der Motor stoppen. Und das heißt natürlich auch, wenn der nicht drin ist, dass der Motor nicht angeht. So, versuch mal eigentlich. So, versuch mal eigentlich. Okay, dann würde ich sagen, zeigst du uns doch mal kurz, wie man den abmacht. Achso, das ist an dieser Seite. Also kommst du da hin, Rolf. Ja. Zur Demontage haben wir hier unten einen kleinen blauen Knopf, den drücken wir rein. Und dann können wir ihn, am besten nehmen wir uns den vorher nach oben und können ihn dann wieder rausnehmen, an Land bringen und wieder in der Tasche verstauen. Und fertig. Jawohl. Super. Tschüss. Okay.